Nummer 5. Es handelt sich um einen Unkrautjäter mit 32 Zähnen aus verzinktem Stahl, der es Ihnen ermöglicht, Unkraut zu vernichten und den Rasen zu lüften. Darüber hinaus ist es dank der Doppelverzahnung möglich, kleine Furchen zu ziehen, um den Boden für die Aussaat vorzubereiten. Die Struktur besteht aus lackiertem Stahl, sehr stark. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 4. Es handelt sich um eine verstellbare Teleskophake aus Stahl mit 15 Zähnen. Sie hat einen Teleskopstiel aus verzinktem Stahl mit komfortablem Griff und Loch zum Aufhängen. Die Breite der Hake kann entsprechend den Arbeitsanforderungen eingestellt werden. Wenn man die maximale Breite beibehält, kann man die Blätter mit ein paar Durchgängen sammeln und wenn man sie strafft, kann man auch in Erdlöchern und Gräben arbeiten. Sie ist kompakt und leicht und kann von 800 auf 1500 mm verlängert werden. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Es ist besonders für kleine Gartenarbeiten geeignet und mit einem Teleskopstiel ausgestattet, mit dem Sie auch schwierige Stellen erreichen können. Die Stange besteht aus Aluminium, während der Rechen aus gelb lackiertem Metall besteht, so dass er auch im Gras leicht zu finden ist. Bei maximaler Ausdehnung hat es eine Größe von etwa 123 x 4 x 15 cm. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Es handelt sich um ein Modell mit Doppelkamm, ideal zum Haken und Sammeln von Blättern und kleinen Zweigen. Mit dem Schiebegriff lassen sich die beiden Kämme des Rechens leicht schließen und das gesammelte Laub verfangen halten, um es dann in den Sammelbeutel abzugeben. Die zwei Polypropylen-Kämme, die sich durch große Flexibilität und hohe Verdrehfestigkeit auszeichnen, sind mit 28 Zähnen ausgestattet. Der Griff besteht aus Holz, während der Knauf und die Verbindungssteile aus Kunststoff hergestellt sind, um einen optimalen Griff zu gewährleisten. Die Federn und der Sockel sind aus Stahl gefertigt. Sie hat eine Länge von 165 cm und eine Breite von 56 cm. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Sie bietet die Möglichkeit, die Arbeitsbreite zwischen 30 und 50 cm einzustellen, so dass Rückstände jeder Größe, sowohl kleine als auch große, aufgefangen werden können. Seine elastischen und verzinkten Federstahlzähne aus Federstahl beschädigen den Rasen nicht und ermöglichen Ihnen ein effizientes und komfortables Arbeiten. Es ist ein praktisches und qualitativ hochwertiges Produkt. Es kann mit allen CS-kompatiblen Griffen kombiniert werden. Das einfache, aber effektive CS-Stecksystem ermöglicht eine stabile und feste Verbindung, so dass Sie sicher und bequem arbeiten können. So können verschiedene Arbeiten im Garten mit nur einem System ausgeführt werden. Die empfohlene Grifflänge beträgt 130 cm. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.